Alfred ist Rentner, will aber mit aller Gewalt noch einen zweiten Frühling erleben. Also volles Programm, Schönheitsfarm, Lifting, Toupet auf die Glatze, täglich fünf Kilometer Jogging, strenge Diät, keine Zigaretten mehr, Abo fürs Fitnessstudio und so weiter. Nach fünf Monaten lernt er eine 24-jährige Supermaus kennen. Er heiratet sie vom Fleck weg. Als das frisch vermählte Paar die Kirche verlässt, trifft Alfred einen Blitzschlag. Im Himmel angekommen, beschwert er sich lauthals, wie konntest du mir das nach all meinen Strapazen antun? Ganz im Ernst, Alfred, ich hab dich nicht erkannt. Zwei alte Frauen sitzen auf einer Bank vorm Zentralfriedhof und warten auf den Bus. Da meint die 92-Jährige zur 80-Jährigen, wie alt sind sie denn? Die antwortet, 80 Jahre. Und da schminken sie sich noch? Daraufhin fragt die 80-Jährige, und wie alt sind sie? Antwortet die andere, 92. Und da fahren sie noch heim? Gelächter